Aldemar. HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Ausrasten 2. Ranger Walker, da bist du ja. Da bin ich wieder. Das ist mein Arsenal. Meine Basis. Von hier aus kann ich an Projektdecker arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten Hilfe gebrauchen. Was du nicht sagst. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch, mit einem zusammengestückeltem Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Oberghul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wäre es. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig. Die Combox. Projekte. Glückwunsch, du hast Marshals Projekte freigeschalten. Töten und vernichten. Triff dich mit John Marshall und Operation zu starten. So, hier haben wir Munitionstasche. Wurf-Waffentasche. Schmerzensresistenz verringert Erschütterung und getrübten Blick, wenn du Schaden erleidest. Überraschungsangriff. Ein Überraschungsangriff fügt dem Gegner fünffachen Schaden zu. Oder Granatentennis. Oh, cool. Granatentennis. Komm, mach mal hier. Was ist das? Spezialmunitionstasche. Du kannst schon sonst mehr von jeder Sorte Spezial... Es gibt Spezialmunition? Und herwechselt von Waffen. Nachladen beim Sprinten. Oh, Jesus Maria. Beim Sprinten... Oh, das ist auch gut. Machen wir das auch mal? Mal die ersten Sachen so ein bisschen geskillt. Auch wenn das jetzt vielleicht dämlich war. Kampfschrotflinte. Lila, lila, lila. Geben wir Upgrades, jo. Ähm. Ich glaube, hier können wir... Boah, sechs Schuss mehr? Oh, ist zu teuer. Aber das wäre auch geil. Oh ja, okay. Nein, ich will kein Datenpad. Äh. Oh. Oh, es wäre doch gut gewesen, oder? Ach, egal. So. Also immer, wenn wir Sachen für die machen... ...kriegen wir mehr Punkte in... Äh. Okay, was ist das? Was ist hier los? Was? 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 Ups. Oh man, ich bin an meine Maus-Sensitivität gekommen. Da ist er. Der Scrambler. Mein kleines Däcker-Puzzleteil. Du wirst ihn brauchen, um am Bodenpersonal der Obrigkeit vorbeizukommen. Aber er ist noch nicht bereit. Kannst du nicht rumlaufen, oder redest du jetzt immer von da hinten? Das ist ja blöd. Ein bisschen mehr Leben in die Charaktere. Wäre auch schön. Geben. Na gut, dann. War es das hier unten? Ich gehe nicht die Leiter. Ich gehe immer in den Fahrstuhl. Okay, dann los. Spezialmunition. Granatentennis. Meine Güte. Ich arbeite noch für den Arsch. Bring ihm all die Sachen und schmutzigen Infos, die es hier im Gondol gibt. Oder im Heldland. Ich gehe mal lieber wieder. Ja, ja, mach's gut. Bis später. Genau. Super. Oh, was ist mit dem? Schon mal Mutantenköpfe eingeschlagen? Testimonial Cold ist die Lady, die du sehen willst. Okay. Das nenne ich immer nicht Informationen. Wo geht's denn da oben hin? Schlecht dann einmal rum, ne? Durch die Stadt. Okay. Lass mich hier raus. Da haben wir schon Kopf... Ja, ja. So, wie können wir denn unser Auto upgraden, verfluchte Scheiße? Das in die Garage. Ich bin Helga. Ich bin Helga. Ich bin ein echter, was? No refunds. Okay. Warte mal. Aktiviere Systeme. Wie reparieren wir das Schmuckstück denn? Viel Glück da draußen. Lass du dich einbeißen. Bin bald wieder da. Mir geht's gut. Ah, okay. So, wie upgraden wir das Auto denn? Falsche Taste. Fahrzeuge. Rufen hier nicht möglich. Upgrades ansehen. Ah. Gatling Guns. Sicherheitsmodus. Schützt dein Fahrzeug vor Zerstörung. Hammer an. Druckwelle. Lenkraketen. Oh. Schleudersitz. Ne, ne? Oh yeah. Das ist ja geil. Oh man, das ist cool. Verstecktes Chassis. Flaggen. Oh. 20 Millimeter Kanonen. Oh ja, das ist genau mein Ding. Äh. Nano-Treaten-Skin. Höllenfeuermörser. Oh man, ist das krass. Geh mal auf 20 Millimeter Kanone. Oh scheiße, wie teuer ist denn das? Was können wir denn in die anderen einbauen? Ich seh das leider nicht. Wir müssen das hier hinbringen, richtig? Sollen wir mal Autos holen? Ja, wir haben kein paar Lava, bitte. Sag mir einfach, was deine Karre braucht. Ach, warte mal. Pass auf, wir holen jetzt mal ein paar Autos. Oder das nächste, was wir sehen. Ich weiß nicht, ob ich die holen kann. Aber wir sollen die ja hier hinbringen, ne? Äh. Human Glory Banditen Unterschlupf. Ich glaube, den sollen wir fangen. War das der hier? Und das hier ist MBPTX Killbox Meat Grinder. Was zur Hölle? Was ist denn das alles für... Die haben wir. Die... Die haben wir... Haben wir die nicht? Was sind das für Symbole? Ich fahre einfach mal weiter. Halt mal den nächstbesten Sachen im Mann. Ja, ich glaube, das war das Kopfgeld. Ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich möchte, dass du einen alten Kriegskameraden von mir besuchst, der alleine in der Marsch lebt. Du und ich und alle, die für die gerechte Sache kämpfen, schulden dies Mann viel. Du musst für mich nach ihm sehen. Klar mache ich. Ich liebe es einfach, wenn du Geheimnisse vor mir hast. Hey. Danke, Walker. Das bedeutet mir viel. Der sieht hässlich aus hier. Da, der ist Kula. Der hier. Kula Kong Oberer. Wir wissen, ob die auch noch Waffen draufkriegen. Ups. Gun Barrel. Fahrzeug lagern. Yeah, cool. Fahrzeugmenü ansehen. Kula Kong. Monster Truck. Ach, das war ja, stimmt. Das war ja, hier, Special Edition langweilig. Mag ich nicht. Skin wechseln. Er hat nur Skins. Oh, schade. Im Ernst. Skin. Upgrades. Autoteile 5. Wie viele Autoteile haben wir denn jetzt? Haben wir schon genug Autoteile für irgendwas? 10. 20. 30. Alter. Fahnen kostet gar nichts. Fahne. Ausrüsten. Oh yeah. Dann. Gehen wir mal auf Lenkraketen, glaube ich, als nächstes, ne? Brauchen wir noch eine? Komm, wir machen eine Lenkraketen mit. Ja, kein Palawa, bitte. Sag mir einfach, was deine Karre braucht. Anzerbrechen, ne? Äh. Bam. Wir sehen uns. So, da haben wir das auch. Tut mir leid, das muss jetzt mal sein. Ah. Kein Umtausch. Da haben wir ein Fähnchen. Tätosysteme. Hoffentlich weht die auch. Naja, geht's so. Burger, meine Operation warten auf dich. Vergiss nicht, dass dir meine Projekte von Nutzen sein werden. Viel Glück da draußen. Ach, das waren Mutanten? Und anderes Zeug. Dann fahren wir mal hinterher. Wie kann ich denn jetzt hier... Ah. Oh, okay. Alles klar. Was ist denn mit der Steuerung geht, klar? Also das Autofahren ist schon ein bisschen... Ob das Punkte... Wäre cool, wenn das so ein Auto-Defense-Mode hätte, ja? Wie das Ding von Rick und Morty. Oh, oh! Was sind das denn für Trottel? Wie sie das Licht angemacht haben kurz vor, bevor sie bei mir waren. Oh, Scheiße! Geil, was ist das denn da? Mom würde jetzt sagen, dass ein Ranger zuerst die Lage sondiert, um später auf alles vorbereitet zu sein. Niemals! Geil! Hahaha! Nur die Kanone! Macht der fast keinen Schaden! Wuhuuu! Oh, Mann! Äh, machen wir das lieber so! Hallo! Wie mach ich denn jetzt hier den, ähm... Hahaha! Scheiße, ich dachte, ich kann's zurück... äh, zurückkicken. Oh, wie viele Granaten wollt ihr denn noch auf mich werfen? Ja, toll! Oh, wie viele Granaten werfen die denn? Ich bin tot? Ich hab mich doch gerade geheilt. Okay, alles klar. Jetzt kam... Das Ding war ja voll. Guck mal, ich spawn direkt hier wieder. Das ist ja nett. Das Ding ist immer besser als dieser Panzer da. Weil reinfahren geht nicht. Egal. So, jetzt nochmal auf ein neues. Das Ding ist immer besser als dieser Panzer da. Genau. Das Ding ist immer besser als dieser Panzer. Ja. Das Ding ist immer besser als dieser Panzer in einem Leidnis. Die Fasskombination, meine Güte, da verring ich meine Finger mal... Oh Gott! Du Arschler! Immer wieder Granaten, das gibt's doch nicht. Okay, hier hoch. Oh, ich bin voll konzentrieren hier. Wir haben keine Heilung mehr, glaube ich. Doch, wir haben da einen, aber wie krieg ich den denn? Ist kein Gesundheitsboost, glaube ich. Endlich kann ich sprinten und nachladen, meine Güte. Ist das Beste überhaupt. Oh Gott! Oh, Heilung, ein kleines Schatzeilein, warum hab ich nicht noch was dabei? Oh, sind die aufdringlich? Bumm, 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 bumm. Oh Mann, dieses blöde Ding ist doch nie ready, ne? Oh Mann, ich hätte auch meinen Dienstmodus wieder benutzen können, hab ich nicht mitbekommen. Oh, meine Güte, was für eine Geburt. Ich hab vergessen, diese Sticks mitzunehmen. Aber erst nach einem zweiten Versuch. Ich hab noch zwei. Jetzt nehmen wir schon mal eine. Ich hab noch zwei. Oh Mann, da! Oh Mann, da! Oh Mann, da! War das hier drin? Der Sound kam auch ein bisschen verspätet an, ne? Der Sound im Spiel ist total abgefuckt. Nämlich an Prey. Das war auch schrecklich. Ah, keine Ahnung. Ich bin bestimmt schon ein Zimmer dran vorbeigelaufen. Da vielleicht? Bist du momentan? Ich glaube, ich muss diese Heilsachen mal... ...kaufen. Egal, scheiß drauf. Nicht so wichtig! Aber eigentlich doch! Das ärgert mich gerade! Komm, Panzer. Nehmen wir dich mal. Aus dem An! Okay, wo müssen wir hin? Das hier ist M und B. Fahren wir mal da hin. M und B. Ach, das Geräusch vorne kommt von diesem Turm. Was zur Hölle? Wir haben die größte Booms. M&B TV. Meat Grinder. Das ist sowas wie eine Arena. Aber ich muss ihn leider erst mal aufhören, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Rage 2. Und bis dahin, oh Gott, haut rein!